Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kiket 5.1.x. Hallo, heute ein schnelles Hilfe-Video für den Lutz. Ich verspreche an dieser Stelle auch am Wochenende hier weiterzumachen mit der Vorstellung der Plugins. Allerdings bin ich im Moment gerade auf einem Lehrgang, muss also die Schulbank drücken. Das Ganze ist ein Lehrgang mit Prüfung, das heißt unter der Woche muss ich mich mal ein bisschen auf den Hosenboden setzen. Und ich hoffe, ihr seht mir dann nach, wenn ich das auf das Wochenende verschiebe. Heute nur dieses schnelle Hilfe-Video. Also, der Lutz hat ein Problem und zwar ein Problem mit Widerständen. Und zwar kann er die Footprints nicht richtig zuweisen und er hat ein bisschen Probleme mit dem Datenblatt. So, zu Widerständen muss man folgendes wissen. Die haben sogenannte DIN-Sizes, das zeige ich euch gleich. Der Lutz hat sich jetzt hier die Arbeit gemacht, hier eine eigene Bauteilbibliothek zu erstellen mit den ganzen Werten und so weiter und so fort. Das braucht es eigentlich im Prinzip überhaupt nicht. Das ist völlig überflüssig gewesen. Tut mir leid, Lutz, das ist nicht böse gemeint, aber die Arbeit hast du ja umsonst gemeint gemacht. Kannst du also getrost archivieren. Wie gehen wir vor bei so einem Thema Widerstand? Also, wir haben jetzt hier das Datenblatt, das hat mir der Lutz freundlicherweise ebenfalls mitgeschickt von der Firma Vichai. Und das sind hier also betratete Widerstände. Und wo finden wir jetzt also die Footprint-Größen? Das ist hier dieses DIN-Size. Also, diese Spalte DIN-Size, das ist der Footprint. Da haben wir hier einmal diesen Standard 207, 411 und 617 und die finden wir auch schon in KiCat in den Standardbauteilbibliotheken mit drin. Da muss man sich nichts extra anlegen lassen oder anlegen. Das zeige ich euch. Ich gehe hier in den Schaltplan. Ich nehme hier mal den Schaltplan von meiner SWR Messbrücke und gehe jetzt hier auf Bauteil hinzufügen. Entweder hier rechts auf diese Bibliothek oder mit der Taste A kann ich in den Modus wechseln und ich drücke hier auf R. Dann haben wir hier also diesen Resistor. Der wird hier bei euch hier unten angezeigt. Ich hatte hier vorhin schon mal aufgemacht. Dann zeigt er mir das hier als kürzlich benutzt. So, das ist das Standard-Symbol Resistor. Mehr braucht ihr auch nicht, egal welche Resistoren ihr benutzt. Dieses eine Symbol reicht vollkommen aus. Was haben wir hier? Wir haben einmal hier oben die Annotation, also R und eine Zahl. Wenn ich nachher annotiere, gibt es hier für das Fragezeichen eine Zahl und hier unten den Wert. Der ist jetzt im Moment standardmäßig mit R belegt. Wie können wir den ändern? Wir drücken einfach die Taste V und haben jetzt hier den Value. Dann geben wir zum Beispiel mal ein 1K2 und damit ist das ein 1K2-Widerstand. Zur Thema Beschriftung von Bauteilen in Schaltplänen, schaut mal bitte in die Wikipedia. Ich mache es immer so. Es muss für euch eindeutig sein, zu lesen sein. Wer es aber natürlich auch richtig machen will und vielleicht in die Situation kommt, dass das auch mal ein anderer lesen und verstehen muss, der sollte sich mal in der Wikipedia darüber schlau machen, wie man hier Bauteile richtig bezeichnet. Oder überhaupt allgemein mal Google befragen. Da gibt es auch einige schöne Webseiten dazu. Damit haben wir jetzt also einen Widerstand mit einem Wert von 1,2 Kilo. So, jetzt brauchen wir die Annotation. Wir müssen annotieren. So, damit wird jetzt hier dieser Widerstand zum R13. Den elektrischen Rule Check, den spare ich mir an dieser Stelle und wir müssen jetzt hier einen Footprint zuweisen. Und wir sehen also jetzt hier unten den R13. Ja, und dann haben wir hier drüben die Bibliothek Resistor-THT. Also Resistor-SMD, das sind die SMD-Resistoren oder Widerstände SMD. Und hier THT heißt hier betradet. Das sind die betradeten Widerstände. So, und wenn du hier, Lutz, in dieser Spalte mal schaust, dann siehst du hier DIN 204, DIN 207. Wir schauen hier, DIN 207 und so weiter und so fort. Und dann geht das hier weiter mit 400, äh, was haben wir hier? 411. Siehe da, wir haben hier alles mit 411 und so weiter und so fort. Dann haben wir hier die 600er Serie bis 922. So, und was du jetzt hier nur noch wissen musst, ist die Länge. Das heißt, schau mal hier in die Vorschau. Dann hast du einmal hier die axial-vertikale Darstellung. Moment, ich mache das hier mal an dieser Stelle mit Linux. Geht das schön, ich lasse das mal hier im Vordergrund. Hier die vertikale Darstellung. Also wenn du die Hochkant verbauen möchtest, das wäre dann, ich glaube, hier war es abgebildet. Und wenn wir hier mal hochgehen, jawohl, das wäre dann also die vertikale Bauform, wenn es hier so ist. Dann haben wir hier natürlich die horizontale Bauform. Und hier kannst du dir dann auswählen. Diese Abstände hier, ähm, muss man sich jetzt überlegen, dass, äh, beim 207 zum Beispiel, ist in der Regel, hier geht das los, ähm, der Abstand, das ist der vertikale. Hier wäre der erste der horizontale, das sind die 7,2 Millimeter. Ähm, da bist du mit einem Viertel-Watt-Widerstand eigentlich auf der sicheren Seite. Allerdings hast du hier die Pads recht nah dran sitzen. Das ist aber kein Problem, die Drähte sind ja lang genug und du musst jetzt hier sehr steil abbiegen. Deswegen nutze ich für die 207 in der Regel immer die 10,16 Millimeter. Und man kann hier also schön den, äh, Widerstand positionieren, dann hier schön, ähm, eine Biegung machen, eine saubere Biegung machen und hier durchkontaktieren. So, und wenn du das hier hast, machst du das einfach einen Doppelklick drauf, ich mach mal hier wieder zu, ähm, so, und damit wird das hier zugewiesen und damit hat der Widerstand schon die richtige Bemaßung. Wenn du dir nicht sicher bist, an dieser Stelle einfach mal einen Widerstand nehmen und den, ähm, Abstand hier messen und zwar diesen hier, also von hier, von hier bis nach hier drüben. Und dann siehst du schon, welchen Abstand der hat und hier musst du dann entsprechend, äh, 10 oder 15 Millimeter, ähm, auswählen oder 7,6. So, das sind dann entsprechend auch die größeren Bauformen, wenn man halt mehr Watt über so einen Widerstand abfallen lassen möchte. Das war's eigentlich schon im Großen und Ganzen und ich melde mich dann hoffentlich am Wochenende wieder, äh, in Bezug auf das weitere Vorstellen von Plugins. Tschüss und bis demnächst.